So, jetzt komm her. Ah, da war ich die aus. Nein, 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 nein. Komm her. Ich bräuchte die Daumen und die Finger. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Stofftiere verbrannt. Und jetzt gucken wir mal nach, was daraus geworden ist. Oh, ein Schlüssel. Nice. Ich habe halt immer noch die Vermutung, dass in der Ente vielleicht doch eine Mütze war. Dass ich das vielleicht falsch gelöst habe. Aber was hätte ich sonst tun sollen? Hier den Haken vielleicht verwenden? Ne. Jedenfalls, mit dem Schlüssel kommen wir oben. In die versperrte Tür. Ich habe immer so Angst, dass der Lift nach unten fährt, statt nach oben. So. Hier rauf, komm. Wenn ihr wollt, dass ich noch weitere Stofftiere verbrenne, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Ja, das ist eine Dose, ja. Oder eine Flasche. Dann gucke ich, dass ich das vielleicht hier nochmal so weit spiele. Wenn ihr euch den Spaß geben wollt. Ne. Spaß. Ich glaube, das will keiner sehen. Ja, hier wurde anscheinend ein Manneken gebaut. Ja, Klimmzüge. Eins. Zwei. Drei. Ne, jetzt komm. Geh weiter. Weg mit dem Dreck. Ah, hinter der Tür ist da auch was. Jetzt ist sie zu. Ah ja, und wir sind ja aus dem Regen raus. Ich sollte ja den Hut wechseln, hat es geheißen. Ah, ich glaube, das war der Hut in der Schule, der spitzige. Der Nachsitzerhut. Vielleicht machen wir ja nochmal so einen 100% Run, wo ich die Hüte alle suche. Aber zuerst möchte ich gerne... Oh. Boah, hat mich erschreckt. Zuerst möchte ich gerne das Little Nightmares einspielen. Wurde ja auch schon gefragt. Tja. Muss ich da rein? Nicht? Gut. Überall, wo ich nicht rein kann, ist gut für mich. Ach, verdammt. Ja, 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 ich komm schon. Na, jetzt bin ich wieder alleine. Jetzt passiert bestimmt gleich was. Das ist mein neuer Körper. Was kann ich hier tun? Ja. Was kann ich hier tun? Ich muss hier doch irgendwie reinlassen. Ah, da vorne ist die Kiste. Ja, die kann man nicht verschieben. Weg damit. Weg damit. Ah. Ihhh. 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 Ihhh, die Hand. Uah. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ah, ah, ah Eigitt, bist du hässlich Oh, du kommst ja nicht rauf, ha Dummes Ding Wie komm ich denn jetzt weiter Nicht, dass ich da jetzt runterfall, ne Ding, 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 ding Ich seh nicht, wo ich hin kann Alter, ey Was willst du von mir? Schere Stein Papier spielen mit mir, oder? Ah Ihhh, jetzt Wie so bei Alien, ne, wo die Die Dinger dich schnappen und Ein Ei in deinen Körper legen Und dann platzt du auf Und Ihhh Ah Die hat mich Gott sei Dank nicht instant Kann sie dodgen Ah Ja, Hilfe Wo muss ich denn hin? Alter Jetzt mal ehrlich Enttchen klein King allein Ihhh Nein Verdammt Ich weiß auch gar nicht, wo ich weitergehen soll Habt ihr ne Idee? Ihr habt's wahrscheinlich schon gesehen, ne Aber ich Ich Kein Plan Vielleicht muss ich die Hand mit dem Fuß bekämpfen Vielleicht kann ich auch da hinten weiter Ja Offensichtlich Nicht Mann Keine Ahnung Da steht die Hand, ne Ist das die Hand? Nein, das ist eine andere Hand Gibt's hier irgendwas? Ein Schuh oder sowas? Vielleicht ein Handschuh? Und sich weiter hoch Mann Krabbeln nützt auch nix Wahrscheinlich Ich bin auch eine Hand Nein, Krabbeln nützt nix Ja Wird er schaffen Wir werden es sehen Ich darf also gar nicht mal runter zu der Oder wie? Tung, 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 Tung Die Musik auch Tja Nein 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 Geh weg Geh weg Auf Oh Gott Kann ich mich da ranhängen? Ich weiß es nicht, Leute Ich weiß es nicht Hilfe Mann Echt, das ist wahrscheinlich total obvious Vielleicht kann man Ja, ich glaube Ich glaube, ich habe es gesehen jetzt Neun Minuten später Findet er endlich die Lösung Ich glaube, ich kann an der Gitterwand hochklettern Ja Ist es so einfach? Ja, es ist so einfach Oh mein Gott Oh mein Gott Es ist so einfach Nein Die Hand Die kommt Geh rein Geh rein Ja, 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 ja Komm, 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 komm Schnell, rauf, 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 rauf Und rein, 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 rein Schneller, schneller Schneller Boah Hilfe Die kommt doch nach, oder? Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg Ich bin gar nicht da Uh Mein Gott Ist der Puls 180 Ja, jetzt Jetzt fällt die gleich irgendwo runter Nein Nein, nein, nein Nein Du willst doch nicht, dass ich da hinlaufe Ich weiß es, genau Das eiskalte Händchen Ah Verdammt Komm, 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 komm Lauf, 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 lauf Kommt er nicht hoch Ah Weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg Komm schon Ich werde dich so zertrümmern Ich werde Dinge machen mit dir Die man mit deiner Hand nicht machen sollte Oh, ekliges Viech Ja 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 Schafft Er kommt doch sicher nach Ja, da ist er schon Ja, da habe ich den Aha So, jetzt komm her Ah Da weicht die aus Nein, 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 nein Komm her Räuchte die Daumen Und die Finger Und Alle deine Gelenke Komm her Haha Ne Bosskampf Nicht ausweichen So Mach mal drauf, komm Du Blöder Hand Ich Hasse dich So Jetzt haben wir es Und den Schiffen bekommen So Gut Ja, jetzt haben wir die Sicherung Das heißt Wir kommen weiter Und wir hatten eine Sicherung Das heißt Wir kamen weiter Da ist sie ja Gut Was war das? Sick Sick, was machst du da? I Okay Ihr war anscheinend langweilig Uns nicht So Warum kann man nicht schneller gehen Wenn man was trägt Das Hier war das genau So Hier finden wir bestimmt die zweite Sicherung Jetzt gleich Zuerst mal auf den Stuhl hoch Ha Nichts Okay Ich frage mich Ob wir auf die linke Hand Auch noch Irgendwie treffen Denn das war ja die rechte Glaube ich Oder? Glaube ich Weiß ich nicht Aha Elektrischer Stuhl Kann man da rein? Ja man kann da rein Aha Man kann was reinwerfen Kann ich das reinwerfen? Hey Nimm das mal Nimm das in die Hand Hey hey Ja Komm Häng dich auch ran Dann kann ich rein Mann Ja toll Jetzt ist das Glas kaputt Wer bezahlt das jetzt? Ja Da sehe ich schon Mein Händchen An dem Körper dran Und Fuß In dem Fall Ne ist auch ein Schuh Nein 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 Warum Nein Nein Das heißt wenn ich dem Den Rücken zudrehe Bewegt es sich dann Ja Oh mein Gott Ah Ah Ja Mein Freund Ja mein Freund Bleib so Bleib so Nein Verdammt Also ich hoffe er hat Angst vor Licht Ich weiß es nicht Komm Hol die Taschenlampe raus Nein nicht Hey Taschenlampe Der nutzt die Taschenlampe Jetzt Komm mein Freund Komm mein Freund Ah Ah Oh mein Gott Nein 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 Da ist Licht Da gab es doch nicht rein Echt Echt verdammt Ich muss mal kurz Ich muss mal näher ans Mikrofon So Damit er mich auch hört Weil ich fange ihm an So leise zu werden Wenn es gruselig ist Weil ich mich dann fürchte So meine Freunde Du hast aber keinen Kopf mehr Hatte der andere einen Kopf Ist die Frage Ja Der hat einen Kopf Der bewegt sich Nicht Der hier Ich weiß es nicht Leute Ihh Ah Ah Oh mein Gott Nein Nein Ja jetzt Verdammt da hinten war ein Easter Egg ich hab's gehört ich hab's gehört ich hab's gehört, komm gib mir nicht? war alles in der Musik drin hat sich so angehört wie so ein so ein Männchen nein, Taschenlampe, verlass mich nicht verlass mich nicht so könnt ihr kriechen oh mein Gott, Leute ja, ich würde sagen an der Stelle beende ich die Folge danke fürs zugucken wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da checkt das Video und Daumen und ja abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat kostet auch nichts und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oh mein Gott